Ja, Freunde, willkommen zu einer kleinen Show, und zwar GeekMinds. GeekMinds ist ein Spiel, da wird ein Bilder gezeigt und ihr müsst erraten, wie das Spiel heißt. Das geht endlos so weiter, ihr habt eine Minute Zeit, so schnell wie möglich zu erraten, wie das Spiel heißt. Ihr kriegt, wenn ihr es richtig erraten habt, kriegt ihr 10 Sekunden Bonuszeit. Wenn ihr falsch erraten habt oder so, oder es auf Überspringen, dann kriegt ihr minus 25 Punkte, aber kein Zeitabzug. Das ist immer gut, okay, zum Ersten. Äh, Wii Sports. Ah, kenne ich nicht das Spiel. Nein, das ist nicht. Ups. Nein. Ja, die Black-Panates. Oh Mann, ey, ist eine Lamage. Es ist ein Pac-Man-Ribs. Gut. Boah, komm, ich muss spät, ich muss. Äh, Day of the Pentacle. Chatter. Halo. Komisches Trauf. Yoshi Island, glaube ich. Ja. Super Smash Bros. Brawl, da sind allerdings Super Mario, Kirby und Fox zu sehen. Kenn ich gar nicht. Meine Geschm... Boah, das kenn ich auch jetzt. Kenn ich auch nicht? Ist das ein Driver? Nein, scheiße. Entschuldigung. Alles so viel bleiben, also kann ja jeder mal ein Solo klappen. Ähm... Boah... Ich hab noch gerettet, jetzt hab ich 10 Sekunden mehr. Nein, das war echt nicht im Donkey Kong Country. Das ist ja nicht schade, Donkey Kong Country. Ach, schade. Egal, 350 Punkte, Freunde. Schreib mir das als Video an, ob du meinen Heik-Store knacken könntest. Ich glaub aber schon, das war's, Freunde. Also, bis dahin, euer Let's Play Indie. Adios und tschau.